Willkommen bei einer neuen Runde Troubling Terrorist Town. Heute sind wir zuerst auf der MAP Rooftops und mit dabei sind der Bernie, der Daniel, der Hamburger Jungs ist wieder mit dabei, und der Goppa ist auch wieder dabei. Allee, hallo, fresse. Oh, Gott. Und jetzt bin ich gebeten noch Gastfunk, der eben ist schon super. Und nix mit Fummelow. Daniel, nicht schon wieder. Daniel Lesnar Returns. Und ich hab Daniel nur üppigst verrecken hören. Oh, guck mal, ich hab's schon dabei. Daniels Haus und war, glaub ich, nicht Traitor, weil sonst nicht so ein Traitor gerade bei 5 Minuten. Daniel Knieka wir ein Podio des Strategischen Soldatges Buchstabe am wichtigsten durch welchen Huhrsch ou легer Schlüssel. Jonfer overlooked der Finanzanträge Spanien ist ohneール an der Beide bei den Stunden Mar την Eskund davidische Masseues heißt interested in was Welrekord hat er erhalte sich er puòaws, ob erног Queens Soundgate ist kein Schrieb Bar ci defence € und Lutschkopp immer Da beim Traitorhaus gehe ich nicht noch einmal hin, ich will da nicht noch mal so abstürzen. Noi, wer ist da? Wer war da? Ich? Kupa? Wer ist da denn jetzt verreckt? Was? Ah, hallo, Sub. Bernie, bist du tot? Bernie? Ich glaube, Bernie ist direkt neben mir irgendwo verreckt. Sub, ich bin hinter dir. Ich hätte dich wegrotzen können, ich bin ja wohl proven. Alter, wie dumm ist das eigentlich? Der Traitor muss doch voll einen weglachen. Bernie, mach den Bernie. Der Traitor muss doch voll einen weglachen, ey, zwei Leute sind einfach zu inkompetent. Also musst du dich weglachen. Sub, ich trau dir irgendwie noch nicht. Ich dir auch nicht. Ja, Alter, ich hätte dich eben wegrotzen können, ich bin direkt hinter dir gelaufen. Ach, ich kenne doch deine Taktik, ich habe mir deine Videos angeschaut, ich weiß jetzt, wie du die Leute überzeugt. Dann könnten wir ja theoretisch erstmal uns im Kupa kümmern. Ja, da ist eine Bombe. Da war eine Bombe, da waren sie beide nicht. Eine Incidary? Die habe ich in die Brand... Das sah aus wie theoretisch erst im Kupa kümmern. Ja, ich bin es nicht. Also, hier, bekriegt ihr euch beide. Also, Kupa, wenn du es nicht bist, töte Kupa. Also, ich könnte Kupa jetzt in den Händen gehen. Aber was ist, wenn... Ja, ich bin es, ich halte mich da jetzt raus, haut euch gegenseitig weg, ich bin es nicht. Also, ihr könnt mich, ja, ihr könnt mich gerne wegbumsen, aber ich bin es nicht. Ja, dann warten wir einfach. Warten ist die beste Devise. Können wir machen. Ja, ja, ja. Boah, ich hab Zap... Ich hab deinen Kopf grad so im Visier, Zap. Guck mal, guck mal, wie Kupa... Kupa wird nervös. Oh, Alter. Hat Zap geschossen? Ja. Zap hat geschossen. Ich habe nicht getroffen. Kupa es hört. Okay, Schuss. Wo ist denn Kupa jetzt hin? Ja, Leiter und so runtergefallen. Bombe planten, Zap. Ja, will jeder auf zwei, drei. Okay, er schießt auf mich. Ja, aber ich treffe ja nicht. Was denn das für nur Loki? Er ist ein Traitor und er geht weg, deswegen müssen wir mich verfolgen oder was? Mach das mal unter euch aus. Aber Zap finde ich eigentlich nicht so gut, dass du dich jetzt so von mir entfernst. Wieso? Dann bleibt doch bei mir. Nee, verp... Ich traue dich. Ich traue dich. Ich meine, falls du innocent bist. Ich bin innocent. Na, falls er Traitor ist, dann können wir ja auch Kupa verfolgen. Ey, warum sollte ich ihn denn verfolgen? Er muss doch kommen als Traitor. Ja, genau. Stehst du immer noch da oben? Boah, Zap. Zap. Ja, ich muss mal gucken, wo du bist. Ich hab deinen Kopf. Ey. Aber ich könnte eine Sekunde später abdrücken, was ist das Problem? Ja, loll. Zap ist runtergesprungen. Ja, der will mich jetzt verfolgen und umbringen. Weil er ja Traitor ist wahrscheinlich. Ich hab keinen Plan, wer das von euch beiden ist. Loll, Zap. Ja. Ja, scheiße. Jung. Fuck, 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 fuck. Das sieht gar nicht gut aus. Dead skillshot. Oh, Alter. Bin ich kacke mit das nochmal. Oh, Mann. Oh, really? Alter, Zap, das war doch kein Skillshot, Alter. Ich stand. Das war ein einfacher, Alter. Wir haben uns ungefähr fünf Sekunden angekommen. Ich wollte dich aber auch wegrotzen, weil du bist einfach nicht gegangen. Du bist runtergesprungen und hast immer wieder auf mich gezielt. Und warum sind die jetzt eigentlich zwei Mongos drauf? Keine Ahnung. Das ist der nachher in die großen Zeit, wenn wir dort in Saksa-Server nehmen. Jawohl, Bud Spencer. Ja, aber wie geschrieben, Bud. Bud. Und Motu. Motu. Ich hoffe nicht, dass der Mewtwo schreiben wollte. Ich hoffe nicht, dass der Mewtwo schreiben wollte. Ich glaube einfach nicht. Ich rotz die einfach weg. Ah, da-da-da-da-da-da. Oh, ist das eine Errorwaffe? Ja, eine Errorwaffe. Yay. Als wir sehen, durch Inkompetenz der anderen Mitspieler ist es den Trailer durchaus möglich zu geben. Ja, alter Dings. Ich bin Detective. Ich bin Error. Ich bin Error, Junge. I am Error, Junge. Ey, Zap, Zap, dreht dich mal umführend. Nein! Nein! Zap. was so gut denn und drin auf der ich bin da oben auf der Ehrgeist an das ist auch nicht ich bin aber nicht wo jetzt lauer und die uns zu hässlich schrumpen Rönnke direkt wo sind die Stürmer schreibt aber ich kann die dazu und so was zu sagen wie heißt abgürst du mich mit ihm stießt auf wen was sagt es aber ach und das schießt auf mich wird wird man durch dieses blöde Mikro so schlecht so jetzt habe ich überlebt die Ersatz was heißt du bist der Leib okay der Leibmann übrigens zu Info für alle Anwesenden wir anderen vier Euro sind halt bei er in Oswald die Trittschen deswegen ist das ein bisschen günstig das ganze jetzt ja passt schon Bär, die Dispenser und ich sind auch drinnen und wir halten die Fresse wenn wir tot sind also wenn ihr so ausspültet wer das eigentlich echt leist ich kann sie mal ganz nett auffordern dafür dass wir für Youtube aufnehmen ob sie sich nicht einen anderen Server suchen können mit zwei Leuten ich sehe gerade Moto wie er auf der Stelle rum rennt oder einer kann das ja von euch machen die auffordern den Server zu holzen mit zwei Leuten ich bin es nicht stop ist es? ja hat mich angeschossen ich habe nur 8 zu nehmen siehst du ich bin es nicht wo ist er denn? Zögern nicht da unten bei dem abstürzenden Haus ist er bei dem abstürzenden Haus es ist okay, es ist okay, es ist okay, es ist der Traitor wo ist er? ich sehe... na er steigt doch gerade aus da bei dem haus das abstürzen kann weiß nicht wo das liegt berlin nein ich weiß nicht wo es liegt. rechts von dir das liegt rechts von dir ich kann da nicht mehr hinkommen ansonsten suchen wir uns halt in der nächsten runde dann nein so ich frage die beiden an jawoll das war blöd gelaufen freitod ja ich bin auch ich war auch wieder zu dumm ich hasse rooftops und das rumgelaufen ich finde das geil an euch beiden die gerade dazu kommen so wäre es glücklich dass die beiden euch neun zuhören können weil wir für youtube aufnehmen das wäre halt guter weil er mehr mit dem anderen zwei leuten zu setzen anstatt fünf keine antwort ist auch eine antwort schweizer hat man jetzt mich in game gar nicht gehört weil ich tot bin klar und deutlich mal war aber spencer keine antworten nr 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 drauf Ah, was spürst du nicht? Ja, ja Oh, wer schießt? Lol, zapp Zapp, zapp Ich bin's dreimal hinter Nee, hä? Nee, sorry, es war nicht zapp Also, Bud Spencer nichts ist auf jeden Fall schon mal nicht Warte, warte, Bernie wurde grad eliminiert Es war nicht zapp, ich hab... Es war ein Shotgun-Schüsse Es war ein Shotgun-Schüsse Ja, ich hab ne Shotgun-Schüsse, aber ich hab Bernie identifiziert Ja, ich war grad mit Bud Spencer unterwegs Ich kann's nicht gewesen sein Dann kann es ja nur Copa oder der Motu sein Ich bin Detective, du Lapp Dann ist es der Motu Dann ist es der Motu Ja Aber Daniel hat auch ne Schrotze Ja, aber ich war nicht in der Nähe Und ich hab's wirklich nur von Abstand gesehen Wo ist denn der Motu? Ja, gute Frage Hey, Daniel ist doch nicht Detective, oder? Da ist Zapp, Zapp hat auch ne Schrotze Ja, Zapp war es aber nett Weil ich mit Zapp unterwegs war und Zapp stand hinter mir Und hat das auch gesehen Moment mal, aber wenn's zwei Traitor gibt Ne, ich meine, wenn's ein Detective gibt Könnte dann sein, dass es auch zwei Traitor gibt? Oder gab's vorher schon Detective? Da ist Motu! Da, ne, da! Na, der war's nicht Ja, dann hat uns einer hier ziemlich verarscht Er hat Daniel gerufen Na, ich hab' ja getötet, weil ich gedacht hab' das erst ist Weil, äh, weil, äh, weil, äh, Dingsbund Es ist gut möglich, dass es zwei Traitor gibt Und dass die Jungen Zapp sich gegenseitig beschützen Quasi mit den Aussagen Auch möglich Das ist für euch natürlich möglich, aber es kann ja nicht sein Die Kombination Daniel Jungen kann sein Die Kombination... Bart Spencer schießt auf mich! Bart Spencer schießt auf mich! Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry Oh... Wer... Aus welcher Richtung jetzt? Ah, der war ja nur sein Scheiße Ja, Zapp war der Traitor, dann ist es jung Es gibt zwei Traitor Daniel, du hast mich getötet Ich glaub, du bist es Ach, Scheiße, das ist nicht gewischt Fuck Weil, äh, ich gedacht hab' du warst Weil, äh, äh, äh Ich sprech' grad mit dem Einfach, äh, weil, äh, weil, äh, nur zwei Leute Die meisten waren und ich... Und ich... Zwei, 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 drei viele gab's Die, drei viele gab's, die frei waren und das gelten Wir machen hätten Das war so klar die Aussage Zapp kam und schon auf mich zugrunde Aber es sind ja ein bisschen danach Zwei verschiedene Skype-Konties gibt Entweder, dass sie verschwindet Oder wir ziehen sie in unsere Skype-Kontereien Ich denke nicht Nach, nach, nach Noooo Map-Changes in 13 Runden Also das... Ich glaub' ich hab' nur so lange noch auf dem So überbleiben wollen die 13 Runden müssen Bisschen lange Äh, ja, dann... Lass noch ein, zwei Runden für den Porten machen, dann wechseln Weil, äh, siehst du, schräg' dich, wie man hört, wie das Doktor uns hört Scheiße Ja, ja Versteht man? Genau Machen wir noch zwei Runden und dann suchen wir uns Ja, vielleicht gucken wir auch mal auf dem Part dann überhaupt hochladen Mal gucken Ja Ach, ihr habt nicht mitbekommen, dass Zapp es war Zapp hat sich selbst verraten Doch, ich hab Zapp gekillt Ich hab' am Anfang... Fuck ey Ich hab' mich voll verraten eigentlich Weil ich gesagt hab' Oh, Zapp hat Bernie umgebracht Und dann hab' ich mir noch eine kleine Sache rausgedacht Und dann hab' ich gesehen erst, wo ich das gesagt hab' Oh, du bist ja auch Traitor Ganz kurz... Du hast gesagt, Zapp hat Bernie umgebracht Dann hat Zapp gesagt... Ja, aber dann hab' ich... Dann hab' ich ja noch halbwegs gut gerettet Ja, und Zapp sagt noch drauf Oh, jetzt bin ich 3 mal hintereinander Traitor Nee, ich hab' gesagt, ich bin doch nicht 3 mal hintereinander Traitor Hab' ich gesagt Das war so schlecht von mir, Zapp Ich hab's aber noch halbwegs gut gerettet Oh, jetzt bin ich noch Detektiv-Ausnahmsweise Jetzt bin ich innocent Oh, ich hab's auch mal... ich hab's auch gekriegt Weil ich das schon... Ich hab das schon... Ich hab das schon... Ist der nicht normalerweise ein Übergang? Ob Daniel ist es... Ja, der... Ah, Motor, die rifle Kamparius ist bei mir Kamparius Du hast mir die rifle weggenommen Spielshade, Kopa, das hört sich kacke an Ja, wir können auch gerne tauschen, wenn du willst Na, was macht ihr da? Okay, wenn du mir vertraut Lüff deine Waffe ein Hör auf mit Spielshade, bitte Lüff deine Waffe ein Mal, mal kurz umsetzen, so Oh, göttig LOL, LOL Sub, was sollte das? Okay, du bist Detektiv, du bist Detektiv Ich darf machen was du Ja, aber ich hab' mir... Alter, what the fuck hab' ich nicht Ja, lass mich doch mal da rein Ja, dann geht doch Ja, der steht hier Bernie Was soll das? Jo, Bernie Bernie schießt doch mit Okay, Daniel ist es Der Hamburger Junge ist es Okay Rufen, du Lappen, Alter Ich bin prüfen Der Hamburger Junge ist es Hab' ich schon auch gesehen, aber sah's, als ob du ihn in der Macht geschossen hast Was für ein Mondo, Alter Oh, ist es, äh, Daniel Ah, es war sogar am Anfang Mein Gespür hab' ich doch nicht auf mich Ja, pfff Mein Gespür hab' ich doch nicht auf mich Mein Gespür hab' ich doch nicht auf mich Oh, weißt, was ich hätte machen sollen? Wir waren in hier das Fass Wir hätten einfach das Fass abschießen sollen, wenn wir beide in die Luft geflogen Ja, ich hab' das fast sogar getroffen, es ist hier runter geflogen und ist nicht in die Luft gegangen Ich hatte ja Shotgun, der Shotgun Ich hatte ja Shotgun, der Shotgun Ich hatte vielleicht bestens, bestens wie die Sonne Ja, nee, ich bin im letzten Moment halt ausgeliefert Oh, aber, Sub, ich hoffe, in den letzten zwei Monaten kommen noch wir beide als Trailer zusammen Das wär' einfach ein Traum Hier, Sub, kannst du noch die Leere im 16 haben Boah, Bäh Woohoo Backflip Kann ich da auch nochmal runterfallen, ja? Ja, weee Oh Hallo? Achso So, machen wir noch die Runde in der Zimmer Ja, ja, dann gucken wir mal Mal, aber ich denke den Port Kamu durch die Ausstieg Nee, das geht schon mal Ja, meinst du? Na, schau mal mal Na, schau mal mal Na, huge! Fisch! 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 Alter! Spenzo ist hier Koopa Koopa, könnt ihr vertrauen? Ja Können wir uns gegenseitig vertrauen? Ja Ach egal Ich bin total YOLO, die können uns vertrauen Scheiß drauf Können wir uns vertrauen? Ja, scheiß drauf Leute, der Mut-Hut, der hat uns gerade beobachtet, aber der ist Detective Gut, dann können wir uns vertrauen Es ist mir egal ob du Trader bist, ich vertraue dir mal die Sohne Mal schauen, ob es auch so auszahlt Deadlogic Ja Fisch! Das hab ich jetzt aber auch nicht verstanden Koopa Es ist mir egal, kommt alle rein, da, ne du auch Hast du hier ne Sniper, Kupa? Spencer, du auch Nee, das ist so ne gute Kombi, du kannst dann in der Ferne Spencer, Spencer, Spencer Spencer, Spencer Ja, aber warte, 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 Kupa, wie wollen wir uns jetzt Du musst ja nach vorne, hierhin, ne, also ans andere Dachende Nee, geh mal da rein, wo die Fenster sind, du schützt das Sniper Da war doch kein Bullshit, Junge Wo, da drin? Komm mal runter, ja, da rein, dann kann ich auch die Tür beschützen, quasi Mit meiner Schotze Blöde, stimmt eigentlich Blöde, das ist fast, geh weg Das ist ein guter Plan, hier oder wat? Ja, und du musst halt einfach nur runter Kann ich die Dings auch kaputt schießen, ja, ne? Ja, oh fuck, aua Ja, das war ich Aber denkste, das wär Warte, 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 ich muss gucken, Kupa Du bist jetzt hier vor der Tür draußen Okay, hier liegt, hier liegt Hä, du bist hier doch gar nicht mehr, lol Der Spencer ist tot Du bist da drin, wollen sie beide hier drin sein Habt doch gehört, hallo, das Spencer ist tot Ja Wer ist tot? Das Spencer ist tot Ich glaub, der wurde von, äh, Moto getötet, weil der irgendjemand angegriffen hat, oder so Ich wurde angeschossen von dem Sniper Ey, Kupa, ich war es nicht, ich hab keinen Schuss abgelassen Okay, wenn du meinst Du hast du doch, wir sind in einem Raum Ja, ich weiß Und ich guck hier die ganze Zeit an der Leiter, was du doch Moto hat ne Sniper, ich Ja, Moto, der ist Detektor Scheiße, der ist Detektor Hallo Oh Bernie ist verletzt, was hast du denn gemacht? Ach guck mal, jetzt sind die anderen beiden hier auch raus Okay, Bernie, Aua Ich hab nen Sniper-Schuss abbekommen, ich hab nen Sniper-Schuss abbekommen Leute, wo bist du, Sub? Soll ich dir helfen? Von wo denn, Sub? Sub? Ah, Daniel, ich glaub, Bernie ist es Ja, ich glaub, Bernie ist es Haha, hab ich Kupa mies erledigt, Alter Und, und ich hab, und ich hab, ich hab Motu und, äh, und Sub weggesnipert Äh, äh, Daniel, kann man nur umstehen Aber Bernie schwimmt gerade What the fuck? Nach einem dämlichen Gefrage jetzt, Jung, war's klar, dass du Trader bist Hahaha Ihr habt, ihr habt einfach wieder nicht aufgepasst Kupa und ich sagen, wir gehen in ein Gebäude und Kupa auf einmal Aber das Ohr, Kupa, hättest du bei mir nicht mehr sagen dürfen Weil bei mir warst du schon längst tot Okay, ich, bei mir war ich nicht tot Aber denkst du, seht ihr gerade, wie Bernie schwimmt? Ja, das ist, äh, ne Fil-Animation Wenn man im Pool war und dann schwimmt man die ganze Zeit durch die Welt Daniel, bleib da, bleib da und ich Halt, der ist auf dem Dach hinter dir Hinter mir? Ja Ah Naja, sehr gut Geile Trader-Runde, Alter Kupa, das war ein Fehler, mir zu vertragen Ja, richtig Ich hab doch gesagt, die gaben die Trader, das ist mir egal Aber da war auch verdächtig, es war auch verdächtig, dann hat Daniel gesagt Wuuuuuuuuuuu Das war die perfekte Trader-Runde Ja, das war die perfekte Trader-Runde Oder ich würde sagen, wir machen dann mal Was denn? Schluss mit diesem Port und wechseln den Server Ne, die sind doch weg Ach, die sind weg? Ja, ja Okay, na dann machen wir noch weiter Aber ich weiß nicht, wie lange der Port jetzt ungefähr geht Machen wir noch eine Runde und dann nehme ich mal einen neuen Port auf Können wir machen Dann spielen wir halt immer noch auf Oder wollen wir jetzt immer eine durchrendern Eine Map, das sind zwar aber immer so viele Runden, ne? Das dauert lange, ja Das sind über 50 Runden eine Runde Naja, da müssen wir nachher wechseln Wohl der, der Server ist ja ganz geil eigentlich Ja, der ist eigentlich ganz gut Mal gucken, vielleicht spielen wir noch erstmal Weil immer Rooftops ist da auch scheiße Der ist ja nicht zwei Rooftops Ja, das sind dann immer die Ports ungefähr Wenn wir, keine Ahnung, wenn es 15 Runden sind Letztes Mal haben wir auch immer 8 Runden, glaube ich, pro Moon Park gespielt Glaublich Innocent Hello Ich auch Diesmal bin ich auch innocent Ich auch Man sollte nur ein Traitor sein Was wir sind? Läuft, das ist so klar Es gibt es auch nur ein Traitor Die ganze Sache wieder etwas schwer Ne, auf das zusammenfallbauchergebäude geht nicht drauf Na, allerdings, selbst wenn Wenn der Traitor sehr aktiviert, dann Das müssen ja alle drauf sein Ja, bloß von die Art Köln der Assa bis sie hat der Arsch auf Grundeis gegangen ich habe überlegt daher kommt die Kiste neben mir zu schüssen das war ich ich gebe ein paar Warnschüsse ab das ist eine Maus ist komplett am Arsch wieder ein Spectator na ja da sind es der Partys so wie gleich vorbei kommen wir in Server wechseln ist jetzt kein Ding die ganze Zeit klicken eine gute Frage habt ihr es auch gehört ja eben hab ich gehört Legglapp am Server wir können auch hier auf den 6er Server fliegen da geht eine Runde also eine Map geht da 6 Runden auf den letzten Server den Abgangsdaten nee ich bin es nicht ich bin noch am Leben dann ist Bernie gerade untergeflogen Bernie und Mario ist gerade getötet worden läuft klang zumindest so Bernie oder Kupa wer ist das? Jung ja Bernie ich höre nur ein Seif zu verdienen habt ihr es gehört? ja Bernie ist wahrscheinlich runtergefallen Mario ist wahrscheinlich gestorben das heißt wer ist dann übrig? Daniel und Kupa wer von euch ist das? ja ich bin es nicht von dem er ist nur Sab oder Kupa ja wieder die Sache hm wenn ich die Leiche von Jung finden würde würde mir das weiterhelfen weil ich kurz danach Kupa gesehen habe und ich dann rekonstruieren könnte ob er aus der Richtung kam oder nicht aber ich finde sie nicht mein Tier ist irgendwas neben hier eingeschlagen oder so ich kann es nicht gewesen sei ich gar nicht mal in der Nähe ich weiß ja ich weiß ja nicht mal wo Jung gestorben ist ich glaube irgendwo in der ich glaube in diesem Zeitpunkt ich glaube da ist es am Fallbahnhaus glaube ich der Neubauer zu Koba seine aber ich weiß nicht von wo so lebst du noch mehr Schaubauer schießt ganze auf mich scheinen kurz sicher zu sein auf dem Wusserbauter weil ich höre ich würde er versteckt ist doch mein Jahr ich kann hier trifft um ich hatte so ist ich meine mann nur einmal den Prozent Koba musik zu mir Prozent zu mir und zu dir kommen von der Markt hier durfte mich eigentlich nicht er ist die ganze Zeit neben mir einschlagen aber ich triffste nicht Koffer gibt man das ist die Reste an ihr vorbeifliegen und triffst mich nicht das leise lachen mit der Grund ach da oben da oben steht doch das neben dem neben Trader House bei dem Wasser Tank es müsste so lange denn sein ich verstecke mich eben ich kann mich nicht treffen und dann muss er die Leiter darunter heil kommen aber jetzt hat er mich getroffen okay verstecke ich mich wirklich da ist es bleibt bestehen der muss so zu mir kommen und das mal heilt die Leiter darunter kommen schützt wer hat wird gelaufen so jetzt auch Schluss aber ich kann die Karten manche die nicht anders helfen so zu mir gleich in der Overtreibung wir haben versucht oder schwebt unter Lüfter aber das ist eine Kurzversicht diese Leiter zu überqueren Mensch komm fall runter Kopa fall runter er ist unten er ist unten ich habe ihn gesehen er ist unten angekommen wie viel Leben hast du noch ja noch okay ist gut Daniel na Kopa komm schon ich warte ich warte ich habe hier meinen schönen kleinen Bunker und da gehe ich nicht mehr raus na komm schon Kopa Oh nein! Gott echt! Ah fuck! Kopa wie hast du mich eliminiert? Bist du von einer Schottie hinter mir gewesen oder was? Ah wie knapps war! Da hast du mir einen Hatter gegeben Ich hab einen Sniper gekauft vom Shredder Menü und hab den der Schott Und Zap! Ich musste lachen weil du die ganze Zeit auf den Boden geguckt hast und Kopa gar nicht sehen konntest auf dem Wasser Tank Kopa war drei Minuten lang auf dem Wasser Tank und du warst drei Minuten lang auf dem Wasser Tank Was sei mein Ende? Von Buschister von Buschister Dann wenden wir den Port und wir bedanken uns für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss!